Mein Name ist Adrian und in diesem Video möchte ich dir einen Blick hinter die Kulissen geben von unserem Interview-Setup, welches wir hier eingerichtet haben in der Agentur Bell in Wiesbaden. Wir haben jetzt drei Tage hier verbracht, diverse Interviews mit unterschiedlichen Gästen hier auf diesem roten Stuhl gedreht und ich möchte dir einfach einen Einblick geben, wie gehen wir ran an so eine Aufgabe, hier so ein Studio-Setup einzurichten. Wie schauen wir uns den Raum an, wie beleuchten wir das Ganze, welche Kameras sind hier aufgebaut und wie arbeiten wir als Team hier zusammen, mehrere Tage mit diversen Menschen hier vor der Kamera. Schauen wir uns als erstes mal die Thematik Raum an. Wenn wir in so einen Raum reinkommen, war uns jetzt letztendlich direkt klar, dass wir in diesem Raum drehen wollen, denn es geht uns darum, Raum auch im Bild zu schaffen und dieser Raum ist der größte Raum und dementsprechend haben wir hier natürlich auch die Möglichkeit, diese Tiefe im Bild zuzulassen. Und man sieht hier vorne die beiden Kameras und diese Kameras stehen quasi so maximal in der Ecke, wie es irgendwie noch funktioniert, sodass wir noch hinten dran Platz finden, um sie einzustellen. Und so generieren wir natürlich auch den maximalen Raum dann hinter der Person. Die Person sitzt dann hier vorne auf dem Stuhl und hinten dran ist eigentlich noch die Hälfte vom Raum, die wir dann eben haben, um die Tiefe zu generieren. Und natürlich mussten wir uns dann eine Seite hier aussuchen und da hier zwei Türen sind, haben wir uns dann für diese Ecke hier entschieden. Und dann haben wir gesagt, dieses Regal, das war uns ein bisschen zu einheitlich. Das haben wir dann ein bisschen aufgelockert, indem wir da nochmal Bücherstapel reingestellt haben, paar Ordner ausgetauscht haben. Und dann haben wir damit einen diffusen Hintergrund geschaffen, denn es wird ja auch unscharf dann in den Kameraperspektiven. Dazu kommt natürlich das Fenster hier mit ins Bild, denn wir wollen die Ecke haben, um den Raum zu generieren. Und bei dem Fenster war die Herausforderung, drei Tage Dreharbeiten, wie wird denn das Wetter draußen sein? Mal strahlt vielleicht die Sonne rein, mal haben wir Regenwetter draußen und die letzten drei Tage waren auf jeden Fall Weltuntergangsstimmung, wie es auch noch immer ist, hier draußen. Aber es fällt ja trotzdem scheinbar die Sonne hier rein. Das ist aber nicht der Fall, denn wir haben draußen die erste Lampe positioniert. Das war von vornherein klar, wir wollen hier von draußen eine Sonnenlichtlampe quasi rein haben, sodass wir unabhängig von dem Wetter draußen eigentlich immer das Szenario so haben, dass hier hinten Licht reinfällt und es so freundlich aussieht. Dazu haben wir uns dafür entschieden, hier die Schalosien komplett durchzuziehen, weil so haben wir durch die zuenden Schalosien, die so ein bisschen aufgedreht sind, einfach eben hier auch zwar was fürs Auge, dass da etwas ist, aber es ist nicht ganz so detailreich eben. Der Heizkörper, hier die Möglichkeit eben das Fenster, den Fenstergriff und so weiter, alles detailreich zu sehen, sondern es ist einfach ein bisschen abstrakter, diffuser, was automatisch dafür sorgt, dass die Person im Vordergrund mehr Aufmerksamkeit bekommt und der Hintergrund einen nicht ablenkt. Zudem haben wir jetzt hier eben eine relativ lange Fläche, wo wir eben auch mit dem Slider, auf dem ich gleich nochmal zu sprechen kommen werde, eben gut arbeiten können, um diese komplette Fläche hier zu nutzen. Natürlich, das kann man nicht überall machen, so eine Lampe draußen zu positionieren. Dementsprechend waren wir hier froh, dass wir vorn dran direkt einen Balkon haben, wo wir eben eine Lampe mit Sandsäcken und so weiter positionieren konnten, sodass sie den ganzen Tag hier auf dem Balkon uns die Sonne sozusagen simuliert hat. Dabei ist natürlich auch wichtig, ein bisschen nach den Himmelsrichtungen zu schauen und wir hatten jetzt zum Glück hier eine Himmelsrichtung, die uns keine Schwierigkeiten gemacht hat. Das heißt, wir haben sozusagen nicht mit der wirklichen Sonne konkurriert, was aber natürlich auch am Wetter lag. Das ist so erstmal die Herangehensweise, die wir hier haben und meistens bauen wir so einen Raum auch komplett um. Also hier standen eigentlich andere Tische, also der Tisch ist hier dazu gekommen, die anderen Tische, die hier standen, haben wir zur Seite gestellt und wir bauen eigentlich so einen Raum dann so, wie wir ihn für die Produktion brauchen. Wir müssen aber natürlich auch darauf achten, was steht uns hier zur Verfügung und welchen Raum, sage ich jetzt mal, können wir gestalten und von wo bis wo nutzen wir das Ganze. Aber ganz wichtig ist auch bei dieser Thematik immer das Thema Ton im Hinterkopf zu behalten. Also wo habe ich die Möglichkeit, Türen zu schließen, wo ist Durchgangsverkehr, welche Störgeräusche habe ich, wie beispielsweise hier in der Agentur einen Drucker. Können wir den immer ausmachen, können wir dafür sorgen, dass im Nachbarraum dann niemand telefoniert, wenn wir produzieren. Also darauf muss man extrem achten und dann eben das Set entsprechend einrichten. Kommen wir jetzt mal zum Thema Licht. Das ist auch ein ganz entscheidender Aspekt und wir arbeiten hier eigentlich nur mit drei Leuchten, also einem relativ simplen Setup. Wie gesagt, die eine Lampe, das ist die Aputure 200D, die Amaran 200D, die wir da draußen stehen haben, eine relativ neue Lampe von Aputure. Die haben wir auf 100% aufgedreht und strahlen damit direkt hier rein in das Fenster. Die zweite Lampe, die wir hier nutzen, das ist unser Key Light und dafür haben wir hier die Aputure Softbox, den großen Light Dome von Aputure und wir haben unsere große Aputure 600D Lampe, die wir hier aber absolut nicht gebraucht hätten. Da wir in einer relativ dunklen Umgebung hier sind, haben wir diese Lampe gerade mal auf 15%. Das heißt, es würde auch vollkommen ausreichen, hier eine Aputure 120D, eine Amaran 100D oder irgendetwas in dieser Größenordnung zu nehmen. Aber wir hatten jetzt diese Lampe hier zur Verfügung und haben deshalb hier auf 15% die 600D laufen. Ganz wichtig ist, dass wir dabei immer darauf achten, wo würde natürlicherweise auch das Key Light herkommen. Das heißt, wenn wir die Person jetzt hier hinsetzen, würden wir nicht das Key Light von dieser Seite setzen, also gegenüberliegend zu dem Fenster, das eigentlich im Raum ist. Während wir es jetzt von dieser Seite setzen, könnte man sich vorstellen, dass diese Fensterfront, die wir auf den Bildern nicht enden lassen, halt einfach weiter durchgeht und die Sonne eben von dieser Seite hier entsprechend uns auch mit Licht versorgt. Dementsprechend auch wirklich in einem Raum immer schauen, wo würde natürlicherweise auch das Licht herkommen, wie würde es fallen und dementsprechend auch das Licht da aufbauen. Dazu muss man natürlich sagen, wenn eine Person hier sitzt, so wie ich, mit Brille, das Licht sollte jetzt nicht quasi direkt von vorne kommen, so wie unsere Kameras jetzt hier eingestellt sind, sondern es sollte etwas von der Seite kommen, sodass auch ein bisschen Profil und ein bisschen Schatten entsteht. Und das Licht ist dementsprechend auch etwas höher, sodass es eben auch von der Reflektion her nicht direkt die Brillengläser die ganze Zeit in die Linse reflektiert. Also das ist unser Key Light hier von dieser Seite. Und wir haben kein Fill Light, also nichts, was mich jetzt von der anderen, von der linken Seite von mir aus gesehen hier aufhellen würde, sondern wir haben hier einen Reflektor genutzt. Denn wir wollen ganz bewusst, dass das Bild nicht flach von beiden Seiten gleichmäßig ausgeleuchtet ist, sondern dass die eine Seite deutlich heller ist als die andere Seite. So bekommen wir auch wieder diesen dreidimensionalen Effekt, diesen Raum im Bild. Und genau das haben wir jetzt hier etwas aufgelockert, denn wir haben Frauen und Männer hier vor der Kamera gehabt. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie eine dramatische Szene haben wollten, sondern es sollte natürlich ein wenig Licht von der anderen Seite fallen, sodass die Schatten nicht ganz so dramatisch sind. Und dafür haben wir einfach einen großen Reflektor hier hingehängt, der uns genau das gibt. Er reflektiert das Licht vom Key Light und dadurch haben wir nicht so einen starken Kontrast im Gesicht, aber haben auch eine große weiche Lichtquelle sozusagen durch diesen großen Reflektor. Und dadurch haben wir hier nicht nochmal neue Schatten, die irgendwie geworfen werden von der anderen Seite, sodass ich einen Kreuzschatten im Gesicht habe oder so, sondern es wird einfach nur ganz weich von dieser Seite aufgehellt. Und trotzdem bleibt der Hintergrund schön dunkel, denn das ist auch hier wichtig. Wir haben hier beispielsweise so eine Rolle und die soll ja auch wirklich in der Dunkelheit hier stehen. Also wir haben diese Ecke gehabt und haben gesagt, wir müssen da irgendwie was hinstellen. Jetzt haben wir also diese Rolle hier stehen und es geht eben darum, dass es hier auf jeden Fall dunkel ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Lampe gesetzt hätten, um diese Person von der anderen Seite auszuleuchten, dann hätten wir auch dafür sorgen müssen, dass diese Lampe nicht im Hintergrund von der anderen Seite das Ganze noch ausleuchtet. Denn so würde man dann dafür sorgen, dass eben nicht dieser Effekt entsteht von diesem Dreidimensionalen, dass das Licht eben durchs Fenster reinfällt. Natürlich so ein bisschen Licht kommt hier auf jeden Fall auch an von dem Reflektor und dem Keylight, aber es ist auf jeden Fall deutlich dunkler hier in diese Richtung. Und hier fallen die Schatten auf dem Regal entsprechend so, wie man das erwarten würde jetzt von dem Licht aus dem Fenster. Dazu haben wir hier ein Spitzenlicht. Das positionieren wir jetzt hier ziemlich genau über der Person. Und das ist die Aputure 120D Mark II, die hier kombiniert ist mit dem Aputure Light Dome Mini 2. Und hier haben wir ein kleines Grid auch drauf, dass das Licht nicht ganz so sehr streut. Und man sieht, sie ist hier ungefähr auf 60 Prozent. Das heißt, es ist gar nicht viel. Gerade die Softbox, sie schluckt ja auch nochmal einiges. Aber es ist einfach ein weiches Licht, was hier die Person abhebt. Und auch da machen wir wieder genau das Gleiche. Wir schauen, von woher würde das Licht denn natürlicherweise ein Stück weit auch fallen. Jetzt ist es nicht 100 Prozent von oben, aber ungefähr aus dieser Richtung kommt ja das Licht. Und das setzen wir jetzt nochmal weich auf die Person, sodass sie sich eben vom Hintergrund schön abhebt. So haben wir eine gute Spitze, die wir hier in der Perspektive eben gut nutzen können. Und wir haben das Ganze auf so einem riesigen Stativ hier mit entsprechendem Arm befestigt, damit wir eben auch die Fläche haben und den Raum hier nutzen können für die Kameraperspektiven. Denn man muss bei so einem Setting immer beachten, gerade wenn man mehrere Interviewgäste hat, dass der Raum ganz unterschiedlich dann genutzt wird. Mal hat man eine Person, die ist klein, mal hat man eine Person, die ist wirklich richtig groß. Und da muss man einfach darauf achten, dass man die Flexibilität da noch hat mit den Kameras und nicht ruckzuck irgendwo ein Stativ, eine Lampe oder sonst irgendwas ins Bild bekommt. Also da wirklich darauf achten, die Kamera nach rechts, nach links, nach oben, nach unten nochmal auf dem Stativ hoch runtersetzen. Wenn unterschiedliche Leute zum Interview kommen, dann kann ich nicht bei jedem Mal alles anpassen, sondern es muss die Flexibilität sein, dass ich die Kameras anpasse und die restliche Raumszene so funktioniert. Mit diesem Tisch hier vielleicht, weil ich hier gerade sitze, sorgen wir natürlich auch dafür, dass der Blick geleitet wird hier zu der Person, die hier sitzt. Und wir haben uns bewusst auch für diesen roten Stuhl entschieden. Klar, je nachdem, wie füllig die Person ist, umso weniger fällt dieser rote Stuhl ins Gewicht. Aber es sorgt einfach dafür, hier vorne auch nochmal einen Farbklecks zu setzen und damit die Person auch im Vordergrund deutlich zu machen mit diesem Stuhl. Die Kameraperspektiven, da würde ich jetzt gerne auf den nächsten Punkt einfach mal eingehen. Man sieht hier vorne im Vordergrund schon, die eine Kamera fährt schon ins Bild. Das ist die Fujifilm X-T3, hier in dem Fall mit Batteriegriff, auch Akku betrieben. Mit dem Batteriegriff verfügt sie dann über drei Akkus und kann dementsprechend auch eine längere Zeit hier auf dem Slider mobil unterwegs sein. Obendrauf sehen wir die Videofunkstrecke, die wir hier nutzen, damit wir das Bild eben übertragen können an unseren Vorschau-Monitor, sodass ich, wenn ich da hinter den Kulissen sitze, um auch die Person hier vorne nicht zusätzlich abzulenken und den Blick vielleicht zu fangen, sitze ich da hinten hinter dem Reflektor und kann mir das dann eben entsprechend auf einem Vorschau-Monitor anschauen. Auf der Fujifilm X-T3 haben wir mit ungefähr 2,8er Blende gearbeitet, 35 mm jetzt so ganz grob mit einer 16-55 2,8er Blendenoptik. Wir haben hier einen ND-Filter tatsächlich drauf, um eben entsprechend den Shutter-Speed zu halten und diese offene Blende zu gewährleisten. Also so viel Licht ist dann doch hier im Raum, dass man hier in dem Fall dann schon einen ND-Filter braucht und wie gesagt, hier alles eben ohne, dass wir eine Stromverkabelung haben, einfach nur aus dem Grund, dass das Ganze eben hier auf dem Slider hin und her fährt und dadurch da nicht irgendwelche Kabel oder so mit dranhängen. Der Slider selbst ist von GVM, ist ein relativ langer Slider, der dementsprechend hier auch eine lange Bewegung fährt und es war uns wirklich wichtig, dass wir hier eben die entsprechende Dynamik mit ins Bild bringen. Wir haben hier jetzt die X-T3 eben als weitere Kameraperspektive, die richtig schön hier den Tisch auch mit reinnimmt, die schön den Parallax-Effekt von der Person mit dem Hintergrund ermöglicht und wo wir dann eben dadurch, dass wir hier auch den Raum geschaffen haben mit dem Hintergrund, schön von der einen Seite zur anderen Seite fahren können. Dabei ist es aber ganz wichtig, dass wir grundsätzlich die Person, dadurch, dass dieser Slider auch ein bisschen dreht, können wir das erreichen, an einer Stelle bleibt im Bild. Das heißt, die darf jetzt nicht extrem von rechts nach links im Bild hin und her springen, sondern es muss schon eine ähnliche Perspektive sein. Und wir haben uns eben hier dafür entschieden, von der Fill-Side zu schießen. Also eben nicht die Kameras so aufzubauen, dass wir aus der hellen Key-Side kommen, wo das Key-Licht herkommt, sondern dass wir eher auf der dunkleren Seite unterwegs sind, was die ganze Situation aus meiner Perspektive nochmal deutlich spannender macht, weil wir diese hellen Kontraste hier haben und trotzdem die Person richtig belichtet haben im Vordergrund. Das schafft einfach noch so eine Spannung, eine Dynamik mit dem Bild. Und klar, wir haben jetzt auch keine dramatischen Schatten auf der Seite, sodass das absolut fein ist, von dieser Seite zu drehen. Also da auf jeden Fall der Tipp, durchaus mal aus der Perspektive, also von der Seite drehen, wo eigentlich das schwächere Licht ist, weniger Licht ist als direkt aus der Perspektive, wo das Key-Licht gesetzt ist. Und dazu eben als Pendant sozusagen die Canon C300 Mark III. Das ist unsere Hauptkamera, mit der wir eigentlich hauptsächlich arbeiten. Hier sieht man auch direkt schon den Tentacle Sync, den wir hier auch dran verwenden. Also sowohl die Kameras als auch der Audio-Recorder, zu dem wir gleich kommen werden, sind eben mit Timecode-Generatoren hier versehen, sodass wir im Schnitt das Ganze sehr einfach haben zu synchronisieren. Gerade wenn man eben so viele Interviews dreht, ist das echt ein extremer Zeitsparfaktor, wenn wir mit Tentacle Sync oder mit generell Timecode-Generatoren hier arbeiten. Obendrauf haben wir noch einen kleinen Monitor, einen 5-Zoll-Monitor von Atomos, der auch hier akkubetrieben mit dabei ist, sodass man hier aus der seitlichen Perspektive das Bild gut betrachten und einschätzen kann. Denn man sieht, wir sind hier direkt eigentlich an den Möbeln dran. Wir wollten wirklich die maximale Raumtiefe hier ausnutzen, die uns zur Verfügung steht. Und wir haben hier, um das noch vollständigkeitshalber zu sagen, eine Sigma Art Optik drauf. 50 bis 100 Millimeter, maximale Offenblende von 1,8. Und die haben wir hier eben genutzt, um diese nahe Kameraperspektive von der Person zu ermöglichen. Ich kann mich ja nochmal hinsetzen. Dann kann man auch das ganz gut hier eben die nahe Kameraperspektive ungefähr hier eben in diesem Bereich. Und die weitere Kameraperspektive, die fährt hier eben auf dem Slider. Und dann kann ich eben hier zwischen unterschiedlichsten Perspektiven eben hin und her schneiden. Und gerade dann, wenn man Interviews aufzeichnet, ist es natürlich eine Riesenmöglichkeit, mit zwei Kameras zu drehen. Dann kann ich Amps und As rausschneiden. Dann kann ich vielleicht zwischen dem einen und dem anderen Take mal hin und her schneiden, ohne dass dann eben ein Sprung im Bild entsteht. Sondern mit diesen beiden Kameras kann ich dann von der einen Kamera auf die andere Kamera entsprechend wechseln. Wie haben wir das ganze Thema Ton gelöst? Zum einen sieht man hier so ein bisschen diese Akustikmaterialien. Wir haben hier Absorber mit im Raum, die wir eigentlich immer bei Dreharbeiten, wo es auch um die Audioaufnahme geht, mitbringen, um einfach die Raumakustik zu verbessern. Natürlich hilft es auch, wenn einfach Material im Raum rumsteht. So haben wir hier eine sehr gute Raumakustik generieren können. Und wir arbeiten dann einfach hier in dem Fall mit einem Lavalier-Mikrofon. Die Sennheiser AVX-Funkstrecke haben wir hier im Einsatz. Und diese Funkstrecke sendet dann das Signal vom Lavalier-Mikrofon hinten in meinen Arbeitsbereich, kann man so sagen. Denn ich habe hier hinten hinter dem Reflektor gearbeitet. Und wir hatten hier eben einen Vorschau-Monitor. Den kann ich gerne mal hier so zeigen. Der ist komplett mobil mit Akkus, sodass ich mir den immer frei positionieren konnte. Hier oben die Holyland-Funkstrecke, die es mir eben ermöglicht, das Bild zu empfangen von der weiten Kameraperspektive. Und hier kann ich eben sehen, wie die Kamera dann hier rumschwenkt und läuft. Und kann dann eben entscheiden, ob die Person vielleicht sich nochmal ein bisschen gerade hinsetzen soll, weil zu wenig Headroom entstanden ist. Irgendwas ins Bild kommt, was man nicht sehen soll. Und die Person da vorne kann sich eben ganz auf die nahe Kameraperspektive konzentrieren und auf Akkustatus, Kameras starten, solche Thematiken. Dazu gibt es natürlich noch das Thema Audio. Und wie gesagt, hier findet man dann auch wieder einen Timecode-Generator, eins von den Tentacle-Syncs, damit wir das eben im Nachgang synchronisieren können. Und hier ist es das Zoom F6, welches wir hier als Audio-Recorder nutzen. Auch hier wieder komplett einfach mit entsprechend dicken Akkus, sodass wir hier das auch frei wieder im Raum positionieren und umstellen können. Und ich habe hier dann Kopfhörer mit dran, sodass ich mit den Personen einmal einen Test machen kann, die einfach mal sprechen lassen kann, die ersten Sätze. Dann muss ich es natürlich immer noch ein bisschen variieren, weil die sprechen dann irgendwann doch lauter oder leiser. Aber ich habe hier erstmal jetzt einfach nur eine Audiospur mit der Sennheiser AVX-Funkstrecke, die hier angeschlossen ist. Und so kann ich jetzt hier in 32-Bit-Audio aufzeichnen. Das ist eine super Möglichkeit, gerade wenn dann mal jemand deutlich lauter spricht, deutlich leiser spricht, habe ich mit 32-Bit einfach so einen hohen Dynamikumfang, den ich abdecken kann. Sodass ich im Nachgang in der Videoproduktion dann einfach in der Post das entsprechend anpassen und hochziehen kann. Des Weiteren verstecke ich mich eigentlich gerne bei solchen Produktionen, sodass ich kein Blickfang bin für die Person, die vor der Kamera sitzt. Der Kameramann versteckt sich hinter der Kamera, ich verstecke mich hier hinten dran, einfach damit die Person straight in die Kamera sprechen kann und nicht ständig mit einem Gesicht sozusagen die Kamera konkurriert. Weil einfach so in die Linse zu sprechen, das ist viel schwieriger als eine Person anzuschauen. Und deshalb eine Person, die neben dran sitzt, sorgt automatisch dafür, dass es die Aufmerksamkeit zieht, auch wenn es nur im letzten Moment ist, wo die Person vielleicht den Take beendet hat und dann direkt rüber guckt, um zu fragen, passt das so? Und wenn ich hier hinten mich verstecke, dann ist das eben nicht der Fall. Ich gehe noch einmal auf die andere Seite und möchte nochmal einen kurzen Überblick geben. Wie gesagt, wir suchen uns erstmal den Raum aus, anhand von den Perspektiven, die wir da erwarten, anhand von dem Format, was wir uns überlegen. Und versuchen da möglichst viel Raumtiefe auch zu generieren. Dazu kommt natürlich die Kontrollierbarkeit in dem Raum. Sowohl was Audio angeht, als auch was Licht angeht, schauen wir aus welcher Perspektive kommt denn dann hier das Licht? Wie fällt das ein? Wie wird es an den Tagen sein? Vielleicht können wir das Wetter schon ein bisschen abschätzen und so weiter. Dann setzen wir das Licht und uns überlegen uns sozusagen, wo sitzt die Person? Wie setzen wir das Licht? Und natürlich in dem Moment ist uns schon grundsätzlich bewusst, aus welcher Perspektive die Kameras kommen. Aber die werden dann erst feingetunt und dann schaut man, okay, eine nahe Kameraperspektive, eine weitere Kameraperspektive, wie schneide ich diese um? In der Regel lassen wir die Person in die nahe Kameraperspektive schauen oder wenn es ein Interview ist, wo die Person nicht direkt in die Kamera schaut, eher in die nahe Perspektive schauen, als in die weite Kameraperspektive. Und in dem Fall fährt die weite Kameraperspektive auch noch hin und her, sodass wir hier auch noch einen größeren Spielraum haben, mehr unterschiedliche Bilder generieren können. Und wie gesagt, dann geht es eigentlich an die Einrichtung der Kameras zu sichern, dass überall die Infrastruktur gegeben ist, um eben so drei Produktionstage durchzuhalten, alles entsprechend verkabelt ist, sicherzustellen, dass genug Akkus da sind, dass diese rechtzeitig geladen werden und dass wir die entsprechende Dateninfrastruktur auch auf der anderen Seite haben, dass wir genug Festplattenspeicher haben, dass wir Pausen haben, wo wir entsprechend sichern können. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, um dann gemeinsam mit einem Team von in dem Fall jetzt hier drei, vier Leuten, drei Tage lang hier diverse Interviewgäste eben durchzubekommen. Ich hoffe, du konntest hier aus diesem Aufbau einiges für dich mitnehmen, einiges lernen, vielleicht auch für deine Projekte anwenden. Würde mich auf jeden Fall freuen, auch deine Tipps in den Kommentaren zu lesen. Wenn du Fragen hast, natürlich auch gerne in die Kommentare. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Ciao.